Siki Müller Ich hörte, Sie werden diese Woche entlassen? Kommt gerade frisch aus dem Knast Und hat jetzt nur ein Ziel Wo ist die Kohle? Hab ich vergraben Aber da gibt es leider ein winziges Problem Also die Stand-Tam-Richt noch nicht Wieso vergribst du das Schissgeld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre Und? Ich suche mal Heizungskeller und grabe mich rein ans Geld Eine super Lösung Universalschlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an, ne? Nee, ich schon Ich arbeite ja morgens, Auslöfslehrer Ach, wir arbeiten auch hier Mein Beileid Wegen dem Lehrerplan, können wir uns nochmal treffen? Bisschen austauschen und so? Wegen des Lehrplans? Ja, hab ich doch gesagt Wir sind ein Bruder, Mann Ich kann nackt mir nicht anheben Wo ist das Klassenbuch? Im Schrank Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem Unterricht hat angefangen Ein Problem mehr Oh mein Gott, das ist buntes Ah, ey, das ist Piggy Das geht vielleicht schnell wieder raus Wie will ich das ab? Was macht die nicht? Mach deinen Job Ich kann Frau Gersau auch sagen, dass du nur Filme guckst Und die Kindern Angst machst Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf? Und gehen wir hin lang? Gehen wir Fantasia lang? Boah, bitte nicht wieder KZ Lasse jetzt! Heute waren wir auf einem Ausflug Bitte nicht aufwecken, Hamila, bitte Dann müsstest du aber in die Theater AG Ja, okay Mann Aber lassen die die scheiß Brustfahrts in Ruhe Julia sofort sich, wir ficken Zack, zack, zeig mal Mapse Wir schreiben das um, das wird cool Von den Machern von Türkisch für Anfänger Kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens Deine Schülerin weint Chantal Ja? Heu leise Weiter rechts Wir machen jetzt Ja Sind die Lehrer? Ab 7.11. nur im Kino